Schade, die Diener da... Naja, das Mundstuhl verbrochen. Ja, aber zu spät, ich hab ihm ein bisschen was versahen. Habe mal drauf treten. Jetzt muss ich mit dem festen Splicer herumrennen. Was ist denn das? Was ist denn für ne Waffe? Der langen Bogen-Dings da. Ach du Scheiße, sowas gibt's auch. Halt, dein Kinderzimmer. Oh ja. Jörg nach Nico. Gut, dass er übermerkt hat. Ja. Ja. Es ist gerade wirklich so ruhig, also was kann ja Musik gar nicht sein. Große dich? Nee, es... Das heißt, es kommt da bald was. Jo. Sag bloß nicht, dass die mit dem Raumschiff da auch drauf schießen. Das würden die doch nie nicht tun. Mieser Wichser ey. Weißt du, da wird man ganz normal weiter gehen und schon springt so ein Hurensohn aus dem Schrank vorteil. Ich glaube, du müsstest jetzt schon ganz nah an meiner Position sein. Ich will meinen Plasma Cutter wieder. Ja. So, mal speichern. Ich glaube, jetzt brauche ich schon länger, oder? Ja, endlich mal, ne? Mhm. Was heißt gar nicht? Ah, ich glaube, die Szene kenne ich sogar. Ich hab's gewusst. Nee, du verspeist den Wichser nicht. Mieser. Kleines. Schwules Arschloch. Ja. Ja. Die Viecher sind tot. Applaus. Stehender Applaus. Ist aber auch nicht besonders schwer, wenn man den Splice hat. Ja, ich mach die Ehre immer mit dem... Wie heißt der? Javelin. 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 Kaputt. Nee, die spare ich mir. Ist das ne Kirche, oder sowas? Das müsste schon bald Part 4 sein. Äh, Chapter 4. Pardon. Die Kirche. Arschloch. Musst du einfach mal überprüfen. Das kannst du sehen, wenn du L drückst. Dann bitte mal zeig, welches Chapter du bist. Ja. Das war mein Chapter. Und weiter geht's mit Geddy seien. Dann, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.